Cletus! Rufus! Endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen. Ich stehe dir mindestens drei Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich hab zuerst gefragt. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja. Ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia. Boom. Boom? Ja, Boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar. Wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organons den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen. Sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reich. Wow. Das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ähm. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe. Mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt. Warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses' Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unplan zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay. Das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein. Falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon. Aber... Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal, wird das nicht gefallen? Tja, da hast du nicht ganz Unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön. Das sind alles Idioten. Die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen? Ja, sprengen, abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratz, fatz. Puh. Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll, das hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja. Boom und so. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspizieren soll, um Gerüchten über Leben auf der Oberfläche nachzugehen. Ja, das habe ich auch. Und, werde ich ihnen die Wahrheit sagen? Nein, du wirst verschweigen, dass es Leben auf der Ponia gibt, damit der Ponia trotzdem gesprengt werden kann. Bravo, dann hast du ja doch alles verstanden. Yes. Oh, Junge, ich bin so gut, ich bin so... Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen, auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja? Wie sehr denn? Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Mein was? Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche. Die Spüle leckt. Das Klo läuft über. Der Kühlschrank ist leer. Und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige Rufus macht den Abwasch. Geh arbeiten. Räum mal auf. Checkt mal was. Der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll. Wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hoch bekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich. Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal. Wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst den Pornherr tatsächlich zu hassen. Da sind wirklich sehr viele angestaute Gefühle gerade hochgekommen und ausgebrochen. Ist auch mal gesund. Ihr könntet beste Freunde sein. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grummel. Grummel. Ich gehe und hole Goal. Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Ich habe jetzt einfach mal kurz nichts vorgelesen, nichts gesagt oder sonstiges. Ich habe mich jetzt, ich habe ein Mikrofon ausgemacht und mich zurückgelehnt und einfach rum meinen Tee dabei getrunken. Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Hast du übrigens keine Socken? Finger weg, verdammt. Äh, ja. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Okay. Wenn ich anfange, meinen Kram mit... Ja. Yeah. Ninja-Wurfstern-Action. Blöd nur, dass der Schnörkel die falsche Form hat. Aber vielleicht lässt sich was anderes daraus basteln. Ja. Wenn etwas auf die Flagge kommt, darf fünf... Ja. Und wieder einmal hat... Ja. Vielleicht würde... Wahrscheinlich... Ja. Und wieder einmal... Ich könnte mir aus dem Schnörkel und der Stange einen Greifhaken bauen. Hm. Kein schlechter Einfall. Aber ich warte mal damit, bis ich so etwas wirklich brauche. Ja. Ja. Mosaik-Steine. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Uff. Allerdings auch nicht besser als vorher. Puh. Tödliche Schusswaffe. Check. Oh Gott. Oh na. Oh Gott. Jiii. Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Okay, können wir das mitnehmen? Geht nicht. Er liegt direkt im Sichtfeld der Organons. Zeit für einen weiteren Geniestreich. Ein weiterer Geniestreich. Nicht nötig. Das Passwort ist Ruf. Ja, Rufus. Ich kann nicht nähe die Organon. Wenn etwas auf die Flap 5 brennt. Ja, weiß nicht. Ich kann nicht nähe die Organons, Wirt. Ähm. Und wieder einmal. Ja. Ich kann die Orga. Hä? Was soll ich denn machen? Das Auge muss. Vielleicht würde wahrscheinlich. Vielleicht würde mir das wahrscheinlich. Vielleicht würde wahrscheinlich. Vielleicht wahrscheinlich. Sicher ist sicher. Okay, oha. Und wieder ein. Vielleicht würde wahrscheinlich. Mit dem Mob. Aber da fehlt noch etwas. Ein Hut? Nein. Außerdem ist die Frisur noch nicht fettig genug. Oh, mein Gott. Was? Hallo. Ich bin ein französischer Viech. Ich bevorzuge Dynamit. Die Sardellen sind schon gewaschen. Ich kann die. Wenn etwas auf die Flagge 5. Gut. Ach nee. Das mit dem Phosphor. Okay, jetzt bin ich. Okay, was wollte der hier eigentlich? Mit dem Mob würde die Flagge aussehen wie Cletus von hinten. Aber da fehlt noch etwas. Ein Hut? Nein. Außerdem ist die Frisur noch nicht fettig genug. Ah, okay. Cletus von hinten. Soll ich mir eine Cletus? Ähm. Ähm. Kostüm. Soll ich mir ein Cletus-Kostüm machen? Vielleicht würde mir das meiner auch wahrscheinlich. Ja, jetzt bin ich aber überfragt. Ich komme auch gar nicht weiter, ne? Ich kann nicht mehr die Ich kann die Organe Ich bin gerade überfragt. Jetzt bin ich aber richtig verwirrt. Wie, was mache ich denn jetzt? Ich kann hier Hm. Ich hätte tatsächlich schon wieder Hunger. Komisch. Da ist doch verschnüttet. Ja, ja, ja. Ich kann nicht viel machen. Ich kann nicht mehr. Ich gehe. Ja, okay. Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Upsi. Ups. Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Gedank. Kein Plan. Echt. Kein Plan. Fängt alles wieder so gut an. Aua. Ach, scheiße. Ich hab keine Ahnung. Ölige Frisur, hässliches Cape und steifer Kragen. Was findet Goal nur an diesem Lusch? Ölige Frisur. Wie, 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 also ich hatte jetzt eigentlich, ach, ich weiß noch nicht, was ich jetzt hatte. Wie kriege ich das denn jetzt ölig? Ich hatte jetzt nämlich erwartet, dass, ähm, dass ich mich in ihm verkleinen soll. Verstehst du? Die Sardellen sind schon gewaschen. Ich kann die Seife riechen. Ja, aber... Ich dachte, wir könnten ölig sein. Äh... Ich weiß es nicht. Oh, mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm... Nein, mein Mantel hat schon genug Ölflecken. Ich will gut aus... Ah! Entschuldigung, ich hab gerade aufgestoßen. Ja... Mit dem Mob würde die Flagge aussehen wie Cletus von hinten. Aber da fehlt noch etwas. Ein Hut? Nein. Das ist nicht der Stoff aus dem Heldengemacht. Wenn überhaupt... Steifer Kragen. Wenn etwas auf die Fünf... Wie geht... Nein. Das wird dann doch nur glitschig und eklig. Wie wohl das Kopfkissen von diesem Cletus aussieht. Ach, wie will... Ach, verdammt. Ich will da nicht hoch. Ähm... Steifer Kragen. Steifer Kragen. Vielleicht... Vielleicht würde... Wahrscheinlich... Ich... Äh... Na... Wie wohl... Stimmt. Sie könnten... Omnomnom. Boah. Ja, ich hätte jetzt... Ich hätte jetzt irgendwie gedacht... Diesen, diesen, diesen... Ähm... Man nimmt das da... Aber... Wie kommt der denn dran? Er liegt direkt im Sichtfeld der Organons. Zeit für einen weiteren Geniestreich. Ja, aber was? Ich habe eigentlich gefühlt jetzt alles mit allem... Verbunden... Verbunden... Äh... 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 Okay, ich habe doch nicht alles mit allem verbunden. Äh... Das hat er jetzt nicht gesehen. Natürlich nicht. Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Kletis. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Ah, die haben wir hier. Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. So. Ich kann nicht mehr die Orga... Hä? So. Genial. Hehehe. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich... Selbst übertroffen. Sieht wirklich echt aus. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Kletis. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Hm. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich zwei Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ähm... Ja? Und? Wo ist sie? Ach. Ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beheilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Hä? Was ist jetzt die Mission? Ich die Organ... Oh Mann! Genial! Und auf geht's! Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Wir gucken noch mal. Sorry, ich war gerade sehr weit vom Mikrofon entfernt. Wir gucken noch mal. Oh Mann! Ich kann dir irgendwas Neues sagen. Äh... Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesie-Alben. Nein! Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Das ist ja wohl dein Problem. Hör mal, Rußschmutz. Rufus, mir ist es doch egal, wer Goal zu mir bringt. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffen es die Organons mit Sicherheit. Aber ihr nehmt mich dann trotzdem noch mit, oder? Verzieh dich. Goal ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist dir Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht dir gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat... Ist das Implantat noch intakt? Ich glaube schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Goals Implantat werde ich der Pony ja nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und Gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Das war gerade auch mein Gedanke, weil Luf, das ist ja zu Hause.